Freunde, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, wir haben die 500.000 Abonnenten geknackt, das ist einfach so eine krasse Zahl, aber Leute, der Maze Squad wird euch aufgeben, wir geben uns damit nicht zufrieden, Ziel ist eine Million Leute, deswegen supportet auch immer weiterhin aktiv bis dahin und als Special kommt am 1. Januar 30 Minuten Mörder Leute, deswegen seid auf jeden Fall gehypt, wir haben dafür extra eine richtig geile Map bauen lassen, die wir auch veröffentlichen werden Leute, deswegen 1. Januar, da habt ihr auch eure eigene Mörder in der Map Leute, jetzt aber viel Spaß mit dem Video. Ein bissel die Bruder, Bruder, wir müssen uns beilen, die Geschenke müssten abgeliefert werden, wir haben schon am 24. Weihnachten hat schon begonnen, jetzt Herr Wugel kriegt seine Zucukpfanne nicht, Digga. Fahr schneller! Okay Bruder, wir sind da, so, Heide, Rudolf, Jungs wartet hier, wir gehen schon mal rein, tamam Bruder, bist du bereit? Ja, man, wir müssen das Lauf liefern. Let's go Digga, auf geht's Bruder. So, ho ho ho! Was für Weihnachten Mörder, wir sind ja noch am Uka! Bruder, schippen, schippen, schippen! Das war unnormal feindlich. Leute, aber somit würde ich sagen, herzlich willkommen zu diesem Video und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, machen wir heute den Weihnachtsmann-Eindringen-Kamin-Modus. Keine Ahnung, wie ich den nennen soll, ich schreib mal einen besseren Namen dafür in die Kommentare. Aber wie das Ganze funktioniert, Leute, das kommt jetzt im Erklärungspart, damit das auch jeder versteht. Keine Sorge, Leute, ich hab's nicht vergessen, mit dabei, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ist der liebe Andrewsledee. Was geht, Bruder? Bruder, wir müssen leise sein, sonst werden wir abgeknallt. Hihi, die genitzt zum Geisel, ihr braucht's. Und Weakness ist so am Start. Hallo! Bruder, 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 Fliegeränder auf, Volk 20. Bruder, ich bin Malediven. Leute, wenn ihr wollt, dass wir mal Fortnite auf den Malediven spielen, dann bucht mir einen scheiß Flug, Alter. Was erwartet ihr? Mir bitte auch direkt First Class Kidman, es soll Business Class, aber die letzte neben Toilette sein. Okay, würde ich sagen, Leute, man weiß natürlich, wer Raketen mehr verkängelt. André, du darfst starten. Ja! Okay, sag mal, Bruder, du darfst gehen, ich hab nichts gesagt. 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 Und ihr seht Dings, hier haben wir die Fettsack-Gänge am Start. Ingrüß, liebe Bruder. Jungs, ich wäre schon blädi. Du bist schon bereit? Ich bin blädi. Okay, Leute, wir haben es aber jetzt dieses Mal auch so gemacht, falsch gerade nicht gesagt am Erklärungspart. Das erste Haus, rechts, ist immer draußen. Also, das nehmen wir einfach nicht mit, Leute. Heißt, André, du oder ich, wer darf zuerst nehmen? Okay, Bruder, ich halt mal... Was? Mach nochmal! Sag nicht nur fünf. Ja! Okay, du bist erster. So, sieben. Ich darf aussuchen, Leute. Entweder ist er hier im Grünhaus. Wir machen mal kurz ein bisschen Inspektion hier. Hallo? Ja, so einer ist zu. Bruder, Gabi? Bruder? Ja, hey, Bibi. Okay, was soll man sagen? Wir dürfen mit reingucken oder ohne? Ohne, Junge, was für Cheaten. Ja, hey, was für Cheaten, Bruder? Dann ist das Wert das beste Versteck im Haus, statt verrate das Haus am Abend. Ja, okay. Ich sag dann, okay, komm, weil ich schon hier gerade stehe, ich nehme das hier. Okay, dann nehme ich Grün. Boah, ich glaube, Grün ist 100% safe. Und ich glaube, Bruder wird safe bei mir gleich. Kann ich mich noch umentscheiden? Ja, hey, du bist erster, Digga, du kannst aussuchen. Okay, ich nehme doch lieber das Blaue, Leute. Ich hatte irgendwie beim anderen schlechtes Gefühl. Ich weiß nicht, warum. Okay, ready, André? Ja, Mann. Drei, zwei, eins, go! Glück gehabt, Alter, ich hab nur gehört, wie du weggelaufen bist. Oh, mein Gott. Leute, mein Gefühl hat es mir einfach gesagt. Okay, dann haben wir jetzt als allererstes, das war für Leute eine grüne Sniper. Ja, stark. Dann würde ich sagen, erst der liebe Papa jetzt ran. So, und wir wählen, ich glaube, ich weiß nicht, soll ich das nehmen? Okay, doch, doch, das passt zur letzten Runde, das passt zur letzten Runde. Okay, Jungs, ich bin Blady. Okay. Ich nehme das Pinke, Alter. Ich nehme das Blaue. Okay, habt ihr schon entschieden? Wir haben es entschieden, Bruder. Ich nehme Blau. Gut, dann. Drei, zwei, eins. Hallo! Oh, shit! Was geht, Bruder? So, Leute, dann würde ich sagen, ist diese Waffe jetzt meine... Bitte. Oh! Laber nicht. Das ist aber eine Pinay-Ti-Lila! Oh, was? Leute, wir haben diesen Map auch ein paar andere aufgenommen. Ich habe nur graue Waffen bekommen. Okay, DJ ist in T'Kalawi. Ja! Bruder, willst du dich jetzt verstecken? Ja, ist, Digger. Guck mal weg. Ja, okay. Was ist los mit euch? Ja, ich guck weg. Ja, ich bin versteckt. Ich bin versteckt. Okay, Bruder, dann kommen wir. Burak? Gorbot Heavy. Hau raus. Fünf und... Ja! Okay, Bruder, entscheid dich, Digger. Was ist dein Haus? Was willst du jetzt, Bruder? Welches Haus willst du deinen Waffel? Okay, Yellow. Dann gehe ich. Das rechte ist raus. Dann nehme ich, glaube ich, entweder das schön dekorierte oder das andere. Was ist André? Warum machst du Sounds? Weil ich in das rechte, in das erste gegangen ist. Ich bin versteckt. Dann kommen wir. Ey, bleib doch stehen, Moro. Achso, stimmt, stimmt. Und Yallah mit dir. Oh, drei. Okay, Leute. Oh, okay. Jetzt ist die Frage, wo wird André sein? Nehmen wir das da, das Pissgelbe, das komische Türkise oder einfach diese Backsternfarbe, aber da ist es gut zur Dekoration. Soll ich dir einen Tipp geben? Gib einen Tipp. Nicht rechts das erste Haus, weil das dürfen wir nicht. Okay, ich glaube, Leute, ich glaube, diese türkise Haus ist ein bisschen... Ich höre nichts drin, ich habe vorher gedacht, ich höre irgendein kleines Errascheln da drin. Nimmst du das? Ich nehme das, Digga. Dann nehme ich Pissgelbe, Bruder. Okay, ready? Eine Sekunde, Habi. Drei, zwei, eins. Ah, shit. Bei mir ist nichts. Ich wusste, ich warte sogar noch oben. Fuck. Was war drin für eine Waffe? Gar, oder? Nein. Du wirst mich hassen, Digga. Eine goldene Scar. Nein. Mein Herz. Aber du hast vergessen zu erwähnen, dass wir noch ein Minigame am Schluss haben, wo du noch eine Waffe gewinnt hast. Stimmt. Ne, habe ich nicht. Erklärungspart. Okay, Bruder, bist du ready für die dritte Runde? Wenn ihr euch umdreht, ja. Ich bin umgedreht. Bruder, ich checke jetzt euch die ganze Zeit ab. Ne, ich mache jetzt... Ey, 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 raus aus dem Busch, mein Freund. Waffe umdrehen. Digga, Bruder, wo willst du hingehen, Lann? Bruder, ich dachte, ich verstecke mich hier. Nein, da ging es gerade zurück. Ihr geht einfach wieder in den Ding und Start. Back to the future. Yalla, diesmal, Bruder, dreht euch immer, mein eigenes. Okay, Jungs, ich bin Waffen und blei. Okay, so, André, du weißt, Bruder. Digga, ich ansage sieben. Okay, passt. Egal, wenigstens zusammen war es sechs. Okay, okay, okay. Passt sieben. Ich nehme das Graue. Ich glaube, da geht er nicht rein. Okay, das Graue, dann... Oh, Grün, Digga. Du weißt. Grün. Grün ist eigentlich dein Lieblingsverband, ich nehme Grün. Komm. Okay. Ich vertraue drauf. Okay, ready, André? Ja, Mann. Drei, zwei, eins, let's go. Grün. Jungs, hau rein. Hahahaha, ihr seht doch, du ist das da weggegangen. Hahaha, geil. Gut, Jungs, nächstes Level. So, dann würde ich sagen... Wolltest du gerade flexen? Flex, flex. Zu Schläge. Wolltest du einfach nur flexen und dein Gold... Okay, wir haben aber gleich noch Minigang, Leute. Ich habe nur zwei Waffen. Ich würde aber sagen, Leute, wir kommen jetzt zum allerletzten. Und diesmal bin ich dran. Jungs, umdrehen. Okay. Okay, ich bin versteckt. Ein Schisseldi-Pisseldi-Misseldi. Ihr könnt kaum... Ich habe eine 7 Haar mit Ansage geguckt, obwohl es letzte Runde war. Okay, dann nehme ich... Oh, schwierig. Ich glaube, ich nehme das Lila, ne, Digga. Ich nehme das Goldene, äh, das Pissgelben-Zocken. Geil. Ich weiß nicht warum, aber heute habe ich echt Bock auf das Pissen, ja? Äh... Äh... Ich sehe nur jemanden rum. Hallo? Okay. Warte kurz, warte kurz. Ich brauche noch kurz. Ich brauche noch kurz. Chill, chill. Okay. Warte kurz. Ja, ich warte. Warte kurz. Ganz kurz. So, lass jetzt rein. Hä? Wollte wir fahren? Rein, rein, rein. Ja! Ja, ich bin richtig gekommen. Nein! Hä, Bruder, warum hat der nicht gekommen? Er hat geschummelt, Mann. Hä, nein, das zählt. Egal, ich habe eh gute Waffen. Äh, ja, du hast zu gut Waffen, Bruder, ich habe mich gegönnt. Ist so. Okay, Leute, und wir haben hier eine, einen Mini. Immerhin. Würde ich sagen, Jungs, wird es jetzt Zeit für das Minigame. Alle in die Lobby rein. Okay, seid ihr ready? Yes. Geht's los in 3, 2, 1, let's go! Oh, oh, okay. Nein, 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 nein. Ja! Weiter, Dicke. Mit einem Schlag habe ich euch beide bekommen. Jetzt cutten wir raus nochmal. Nö, Dicke, ganz langsam. Ich habe das auch aufgenommen. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, wird es jetzt Zeit, mit zwei Waffen zu kämpfen. Drei, zwei, eins. Der so oder so schon tryhard ist. Go. Ja, Dicke, ich gebe es auf, ich gebe es auf. Ich höre Schüsse. Ey! Ganz langsam, Freundchen. Ja, mit deiner Autosnipe da hinten. André? Ja? Ich bin nicht hier. André? Ich will ihn nicht abliefern. Nein, bitte. André! Nein! Okay, den haben wir. Hier, Bruder. Trink einen Schluck. Hä? Ich will mein Leben zurück. Willst du noch einen Schluck, Bruder? Ja, komm. Hier, Bruder, nimm. Ey! Ich brauche selber ein paar Schlückchen, Dicke. Tschüss. Ja, André, Dicke. Sorry, dass du durchgespielt hast. Egal, Bruder. Hier, take this. Mach André weg. Komm, 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 André, komm. Zeig doch deine krassen Waffen, ne? 1-8-7, Dicke. Hier, Dicke, ich bin Support-Klasse, Bruder. Brauchst du nicht, Bruder. Ich kill André schon so. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin in dein Albträum. André, wie geht's, Holoska? Jungs, wollt ihr auch gegen einer kämpfen? Oder eher? Okay, wie viele Leben hast du noch, André? Ganz viele. Störb, Junge! Dein Ernst? Ja. Okay, Leute, das heißt, André hat nur noch ein einziges... Warte, Entwür ist das die? Bruder, er hat auch angekla... Oh, noch nicht passiert, Dicke. Nein, nein, nein. Nein. Oh, shit. Schreibt alle unfair in die Kommentare. Ah, Monachkoin, wo? Burak? Dicke, ich schwöre, ich hab dich gar nicht... ...gesehen. Okay, Leute, eins gegen eins. Ich bin full live, Burak ist auch full live. Und ich hab noch diese zwei Schrottwaffen. Du hast noch zwei Leben? Ja, ich hab noch zwei. Ich verstehe gar nicht, wie euch den halben Sekunden so auseinandergenommen habt. Der Tod kommt von hinten. You don't pull my trick on me, bro. Okay, willst du... Kid Mayfaymon, Kid Mayfaymon, guck mal. Nein! Soll ich überhaupt zurückschießen? Was war das? Hat keine Munition mehr. Bruder, ich brauch dich. Ciao!